Übrigens, hatte ich mir gedacht, gestern Abend noch, ah, das ist voll gut, da unten mit dem Aufhängding, weil die ganzen Sachen, die wir bei 90 Grad waschen wollen, das sind ja Bettwäsche, Handtücher und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, dass es eigentlich überhaupt nicht schlau ist, dass wir so viele dunkle Sachen haben, beziehungsweise schwarze Handtücher, weil wir können die nicht in die Sonne hängen, weil die ausblassen. Ah, das ist mir das ziemlich egal. Ich weiß nicht mal, aber... Nee, also... Eigentlich sollte man schwarze Sachen... Eigentlich sollte man schwarze Sachen... ...mich in der Sonne trocknen lassen, weil das dir ausbleibt. Ja, die hat meine Mutter überall in der Sonne trocken lassen, in der Sonne. Ja, die sind alle am Durst. Was meinst du, was halt morgen beim Regeln los war? 100 Mann standen um halb sieben vor der Tür und wollten Klopapier anfangen. Ich hätte alle geschossen. Wir haben jetzt fünf Security da im Laden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Freitag. Mittwoch. Ich glaube Freitag. Ich glaube Mittwoch. Nein, weil ich morgen wieder... Es ist Freitag. Gestern war doch Dienstag. Wie ist die Woche denn jetzt schon wieder so schnell rumgegangen? Total seltsam, ne? Ja. ...Spräche machen wird mit anderen Personen. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie es gut abfilmen kann, dass sie das tontechnisch ganz gut abnehmen kann. Und auch konkret dann auf die Bahnen eingehen kann. Deswegen hat sie sich auch dazu entschieden live dann über Skype zu machen. Anstatt dass jetzt die Interviewpartner ein Video aufnehmen oder so. Bei, äh, wo ist es so, dass sie viel von footage... Also ich weiß nicht, aber... Brauchen Sie irgendwas? Was? Im Moment, ich danke. Gleich mal. Wenn Sie irgendwas brauchen, einfach klickeln, ja? Machen. Einfach Bescheid geben. Danke, ne? Ja. Hallo? Ja, bitte einfach unten abstellen. Danke. Ja, ja, passt schon. Danke. Dann sag dir, nein. Okay. Vielen Dank.